Und welche Motivation haben Sie? Geld verdienen. Ich mag die Gegend hier. Ich mag behinderte Menschen sehr. Ich brauch drei Absagen. Ist fürs Arbeitsamt. Ich verstehe, Sie brauchen das Geld. Haben Sie keine anderen Ziele im Leben? Doch, doch, hab ich. Ein Ziel guck ich gerade an. Und das ist sehr motivierend. Ich bin bereit, Sie für einen Monat zur Probe einzustellen. Ich wette, Sie halten keine zwei Wochen gleich. Na, zufrieden, Madame? Hey, Achtung! Ach, scheiße, das vergesse ich dauernd. Hier. Guten Appetit. Ey, ey, ey! Entschuldigung. Alle machen sich Sorgen um dich. Gerade du müsstest vorsichtig sein. Die Jungs aus der Vorstadt kennen kein Mitleid. Das ist genau das, was ich will. Kein Mitleid. Das heißt, wenn Sie rote Ohren haben, sind Sie erregt? Und was weiß jetzt im Orgens, wenn ich aufwache, sogar ein bisschen steif. Alle Beine? Alle Beine. Das lehne ich ab. Ich lade Sie doch da endlich ein wie ein Kaul. Was haben wir denn hier Schönes? So leid es mir tut, wir müssen pragmatisch denken. Pragmatisch? Was ist der Wahnsinn? Das ist eine Geburtstagsparty. Los, bewegt euch, Leute! Wir sind auch schon aufgebracht. 100 Euro, dass ich sie abhänge. Abgemacht. Nein, nein, nicht weiter. Kümmer dich um die Ohren. Man muss total verrückt sein, um sowas zu machen. Das ist es! Das steht ja aber gut. Bleiben Sie denn? Da muss Kauerein. 12 Stundenkilometer. Ist das das Maximum? Das ist ein Baum. Ein Baum, der sinkt. Das war die Ohren großartig. Das ist ein Ja Hunting. Wie soll ich dir helfen? Das ist ein Schrei. Und ein?"